99% Teilrente. Muss ich einen Antrag stellen auf die 99,99% Teilrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben das ja schon ab dem 27. Januar 2023 in verschiedenen Videos auch auf YouTube erzählt oder erläutert, dass die gesetzlichen Träger, die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung die 99,99% Teilrente anerkannt haben. Also es gab kein BSG-Verfahren, sondern die Juristen der gesetzlichen Rentenversicherung haben sich in ein Zimmerchen hingesetzt, haben den Kopf zusammengerauft und haben gesagt, okay, jetzt haben wir so viele unterinstanzliche Urteile bekommen, jetzt müssen wir einfach hier die 99,99% Teilrente anerkennen. Gesagt, getan und jetzt geht es natürlich darum, kommen schon die ersten Anfragen wieder bei Rentenbescheid24.de rein, wie sieht es denn jetzt eigentlich damit aus? Ich habe eine 99% Teilrente, muss ich jetzt die 99,99% Teilrente beantragen oder läuft das hier irgendwie von Amts wegen? Also meine Damen und Herren, das muss Ihnen klar sein, von Amts wegen läuft hier gar nichts. Das heißt also, Sie kennen die neue Rechtslage und Sie müssen de facto diesen Antrag selbst stellen. Es kann sogar, also vielleicht sollten Sie darüber nachdenken, wenn Sie jetzt zum Beispiel schon ein Jahr diese 99% Teilrente beziehen, dass Sie dann auch sagen, ich bitte um Überprüfung, Neuberechnung der Rente ab Beginn des Zeitraums, indem ich die 99% Teilrente beantragt habe. Ich weiß natürlich aktuell nicht, ob die gesetzlichen Rentenversicherungsträger das mitmachen, aber mit den Äußerungen auch auf der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung, da ist es nämlich schon, wenn Sie dort das Stichwort Teilrente eingeben, da ist es schon geändert worden. Die sagen tatsächlich, es gibt eine 99,99% Teilrente. Also heißt das eigentlich, Antrag stellen, zumindest zukunftsbezogen den Antrag stellen und für die Vergangenheit versuchen, hier einen Überprüfungsantrag zu stellen, damit Sie vielleicht auch noch eine kleine Rentennachzahlung bekommen können. Ob das die Rentenversicherung aber mitmacht, das weiß ich nicht. Das muss man dann sehen. Letzten Endes müssen Sie für die 99,99% Teilrente einen eigenen Antrag stellen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.